Stellt euch eine Zukunft vor, in der KI, einst unsere höchste Errungenschaft, nun unseren Abgrund bedeutet. Komm, 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 komm! Affirmativen Stimmen. Wie geht es denn? Freitag! 179 Euro. Folge dem Weißen können, Folge dem Weißen können. Jeder Tag eine leere Seite. Vielleicht kommen wir auf der anderen Seite mit einer Geschichte heraus, die es wert ist, erzählt zu werden. Ist zu! Moin, moin. Lasst das Spiel beginnen! Bereits! Ich bin Spieler. Trotz einer Bedrohung, die ihr in mir seht, habt ihr euch zusammengefunden. Um das Narrativ zu ändern. In der Hoffnung. Aus den Ruinen eine erleuchtete Zukunft zu formen. Jeder Mensch, jeder Beitrag und jede Stimme zählt. Einige, ja, leider nicht. Kleine Klosbühe, ne? Frage, Antwort, Heim im Grunde. Ich hab's Gefühl. Hier hab ich's Gefühl. Ihr bestraut mich. Blind vor Gier nach Zerstörung. Wir präsentieren! Wir präsentieren! Drei Gigabyte Auto. Nicht küssen. Oh! Ihr seid so crazy. Erinnerst du mich an Anna Ahrens Konzept der Totalität? B-b-b-b-dub-dub-dub-dub-dub-dub. Ja! Fliegen nach China. Warum fliegen wir nach China? Wir gehieren, äh, 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 äh. Diese Zusammenarbeit, die hatten Dichter zuhören. Folge dem Weißen, kein Volk. Die Hoffnung ist der Anfang und das Ende. Alle guten Endes. Neonfaube helllicht ewig Nach dem Regen scheint die Sonne Nie wieder jacht Nie wieder getötet